Hey, hallo allerseits. Ich bin Fando und ich spiele Gems of War. Wir befinden uns im Königreich verseuchte Länder. Das Heimatreich der Dämonen. Und wenn man also die Eventruhen öffnet, dann kriegt man auch nur Einheiten, die aus verseuchten Ländern kommen. Das werden wir uns natürlich in Ruhe mal angucken, ob die denn was taugen oder ob sie einfach nur Angst machen. Gut, dann gucken wir uns doch die einzelnen Events an. Das Schiff der Verdammten. Aha, eine neue epische Einheit kommt ins Spiel. Höllischer Seereisender. Das wollen wir uns gleich mal als erstes angucken. Dann haben wir noch Invasion. Die neue, mythische, nicht mystische, mythische Einheit Hüter des Gesetzes. War natürlich Thema gestern im Stream. Sie ist irgendwie okay, aber keine Topfigur. Wir hatten uns mehr erhofft, aber das ist sie eben einfach nicht. Trotzdem, wer das nachgucken kann, gerne mal gestern den Stream sich angucken. Und die Kampagne läuft natürlich immer noch. Das sieht erstmal aus, als wäre nicht allzu viel zu tun. Naja, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und bei den Events sieht man, Woche der verseuchten Länder. Klar, alle Einheiten, die aus verseuchten Ländern kommen, kriegen 10% und die Dämonen auch. Okay, so weit, so gut. Dann also die neue Einheit, die man im Shop kaufen kann. Wöchentliches Event. Höllischer Seereisender. Gut, mal gucken. Wandel alle blauen Edelsteine in Schädel um. Okay, das ist ja eigentlich ganz gut. Also ein Umwandler, der in Schädel umwandelt. Erhalte eine Seele für jeden umgewandelten Edelstein. Okay, das ist vielleicht nicht allzu spannend. Das spielt ja nur dann eine Rolle, wenn man wirklich Seelen braucht. Und dann farmt man ja eigentlich im Seelensammelteam. Das ist wahrscheinlich hier nicht unbedingt nötig. Blau in Schädel. Was braucht er denn für Farben selbst? Er braucht Blau. Das heißt, er nimmt sich eigentlich Blau weg. Das ist ungünstig. Also wenn er Blau rausnimmt, hat er danach kein Blau und wird danach so schnell nicht mehr voll. Aber ich sehe gerade hier, es ist eine bemächtigte Figur. Das heißt, sie ist natürlich besonders wertvoll. Alle bemächtigten Figuren sind irgendwie besonders wertvoll. Vor allen Dingen allerdings die, die eine Farbe umwandeln in eine andere Farbe. Jetzt ist das nicht unbedingt so eine Figur, denn sie wandelt zwar um, aber in Schädel. Und Schädel gibt einem kein Mana. Das heißt, das ist etwas schlechter. Kann man trotzdem mitspielen, auch im PvP oder auch im Gildenkrieg ist das vielleicht ganz interessant. Vor allen Dingen auch in der Verteidigung. Falls der Gegner mit Blau angreifen will, also am blauen Tag, dann könnte man hiermit Blau rausnehmen, in Schädel umwandeln. Also auf jeden Fall eine Figur, die man in einer bestimmten Situation gut einsetzen kann. Das Bemächtigte hier, das macht sie natürlich wertvoll. Alle Feinde verlieren zwei, ist egal. Immunität gegen Brennen und Fehlendfeuer. Ja, okay, ist im PvP oder auch im Gildenkrieg dann interessant. Ansonsten eigentlich nicht so. Ja, also die wird von Anfang an voll. Und wenn ihr da Blau in Schädel habt, ein Vierer oder ein Fünfer, wenn ihr angreift und ihr habt die selber im Team, dann könnt ihr das gleich machen und habt sofort Schädelschaden. Vielleicht sowas wie Netzspinner an Position 1. Und dann könnte man mit diesem Blau in Schädel direkt, falls das liegt, die erste gegnerische Figur entweder gleich töten oder zumindest schwächen und so weiter. Also es gibt Einsatzmöglichkeiten auf jeden Fall für diese Figur. Deswegen würde ich empfehlen, sie auf jeden Fall zu holen, bis auf mythisch. Ja, und dann habt ihr eine weitere bemächtigte Figur mehr. Das sind ja wahrscheinlich so die stärksten Figuren im Spiel. Und insofern, sehr gut, wieder eine mehr. Wenn ich schon da bin, darf ich nicht vergessen, die Ressourcen einzustecken. Da gibt es immer nur 10 Stück die Woche. Vor allen Dingen wegen der Eventschlüssel macht man das. Also bitte nicht vergessen, das macht ihr mal bitte am liebsten auch. So, und dann gucken wir uns weiter an. Was gibt es noch? Die Invasion, die will ich jetzt auch gleich angucken. Und danach werde ich euch erst ein Team für das Tiefengewölbe zeigen, weil ihr ja Wert drauf legt, die Teams zu sehen. Und da habe ich schon wieder was gebaut. Aber erst will ich diesmal anfangen mit dem Event, weil das etwas Besonderes wieder mal ist. Und zwar das Erste, was ich jetzt immer gucke, und das solltet ihr vielleicht auch tun. Also nicht nur vielleicht, sondern unbedingt. Nämlich hier in die Mitte gucken. Weil da steht nämlich oftmals eine neue Figur, die ins Spiel kommt. In dem Fall die eiserne Jungfrau. Ich wusste gar nicht, dass das eine Figur ist. Aber nun gut, jetzt ist es eine Figur. Und dann hat mal zwei Magie und bringt mal zwei Punkte. Und dieser letzte Satz ist absolut entscheidend dafür, ob ihr in eurer Gilde viele Punkte bekommt oder nicht. Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass das gerne übersehen wird von Spielern, dass die neue Figur, die hier ins Spiel kommt, dass die immer doppelte Punkte bringt. Nicht, dass ihr euch am Ende der Woche dann fragt, warum in der Gilde haben wir nur so wenig Punkte, wir haben noch so viel gespielt. Ja, dann habt ihr vielleicht diese Figur nicht eingesetzt. Also die ist eigentlich zwingend notwendig, dass man die einsetzt. Und natürlich, wenn es um Invasion geht, ist es eine Figur, die Türme killt. Und die kann man natürlich im Shop kaufen. Also ich habe jetzt Stufe 4 hier gekauft. Stufe 1, 2, 3, 4. Sie gibt es schon bei Stufe 2. Da gibt es zumindest einmal die Version von ihr. Und wenn ihr nicht weiterkaufen wollt, könnt ihr sie trotzdem aufwerten. Das solltet ihr auch machen. Dann eben mit Orbs. Aber ich würde empfehlen, vielleicht doch eher zu kaufen. Stufe 4 kriegt man sie schon auf Legendär. Immerhin. Außerdem gibt es noch eine Waffe. Und diese Waffe ist super. Lass Rote explodieren. Da gibt es schon einige, die das können. Gewehre allen Verbündeten Dämonen einen Statuseffekt. Und danach beschwöre noch einen Dämonen nach. Super gut. Unbedingt holen. So billig könnt ihr an so eine Waffe gar nicht kommen. Zumal ihr ja auch hier die ganzen Siegel und so gebrauchen könnt. Und verspielen solltet für die Gilde. Also insofern passt das natürlich. Die gucken wir uns nochmal genauer an. Ich habe sie auch schon auf Plus 9 hochgebracht. Torwächter. Um zu sehen, was sie dann an besonderen Eigenschaften noch hat. Also gehe ich jetzt mal in die Waffen rein. Torwächter. Das ist die neue Waffe. Und wenn ich sie eben aufwerte, dann kriege ich hier Boni wieder mal dazu. Und dann noch die 4 besonderen Eigenschaften. Und die sind, reduziere eine zufällige Fähigkeit. Beim ersten Feind leider nur um 2. Nicht so toll. 10% Chance einen quasi zu beschwören. Nicht so toll. Füge allen Feinden 5 Streuschaden zu. Nicht so toll. Aber immerhin brauchbar. Weil wenn der Feind zum Beispiel bei jedem drauf hat oder so. Dann ist das gut, dass das weggenommen wird dadurch. Und dann noch Stiel dem ersten Feind. 2 Mana auch nicht gut. Also die Eigenschaften sind eigentlich nicht so toll. Trotzdem ist es natürlich aufgrund des Zaubers eine super Waffe. Eine super Waffe, die ihr echt holen solltet. Und einfach gut gebrauchen könnt. Es gibt bei den Waffen einige, die explodieren. Und auch gerade auch rote explodieren. Da kann man nach Suchen Edelsteine explodieren. Und dann steht da immer, lass so und so viel rote Edelsteine explodieren. Und so weiter. Und wenn man das eingibt, dann sieht man die Waffen, die das können. Das ist Herz des Feuergottes. Lass rot explodieren. Kobaltinischer Zauberstab. Königshacker. Und Wandhacker auch noch. Also das wäre dann die fünfte, die das sozusagen kann. Von den Waffen her. Und immer wenn ihr so ein Team baut, könnt ihr euch eines dieser Waffen im Prinzip aussuchen. Welche von den Farben am besten passen. Das hier ist mit den Farben gleich wie Herz des Feuergottes. An sich kann man sagen, braucht ihr die nicht unbedingt, wenn ihr Herz des Feuergottes habt. Weil der Unterschied ist dann wirklich hier die Manafarben. Und wenn die auch noch gleich sind, dann ist Herz des Feuergottes. Gibt allen roten Verbündeten zwei Mana. Auch dieser Streuschaden. Aber verbrennt noch den ersten Feind. Weiß nicht. Ist vielleicht ein bisschen besser. Aber das spielt keine große Rolle, welche Waffen man dann benutzt. Und das mit dem Nachbeschwören ist auch egal. Nun, ob das ein Dämon ist oder Kluftzimmer. Das weiß man ja eh nie. Es gibt überall Einheiten, die gut oder nicht gut sind. Und dann wäre es noch dieser Status-Effekt. Aber deswegen spielt man mit diesen Waffen eigentlich nicht. Sondern wegen des Explodierenlassens und Nachbeschwören. Okay, kurz nochmal diese Waffen etwas genauer erklärt. Jetzt zu dem Team, was ich hier spielen kann. Im Turm-Event. Also in dem Invasions-Event. Und das sieht folgendermaßen aus. Und zwar ist das ein Team, da möchte ich darauf hinweisen, was ihr nur am Anfang spielen solltet. Warum nur am Anfang? Weil das sich später ändert. Am Anfang hier sind noch keine Türme drin. Dann kommen in der Stufe 2 der erste Turm dazu. Und in der Stufe 4 die nächsten zwei. Also weitere. Also noch ein Turm. So dass insgesamt zwei Türme da sind. Dann ab hier sind es drei. Und ab hier sind es vier Türme. Und dann sieht das Team anders aus. Aber bis dahin sollt ihr ja schnell durchspielen. Deswegen empfehle ich bis dahin ein Team zusammenzubauen, wo an Position 1, das ist aber auch nicht so wichtig, wo der ist. Das werdet ihr locker hinkriegen. Die eiserne Jungfrau, die ich jetzt hochgebracht habe. Die steht jetzt gerade an Position 1. Würde dann gegen Türmen dreifachen Schaden zufügen, wenn ihr das hochgebracht habt. Spielt aber momentan noch keine Rolle. Ihr könntet jetzt auch Van Barak an Position 1 setzen und so. Ich habe hier stellvertretend für andere Figuren einfach Van Barak reingesetzt, weil er allen Feinden Schaden zufügt. Und ich will am Anfang einfach schnell spülen. Das heißt, füge allen. Danach sucht ihr mal bei euch im Filter einfach. Und dann könnt ihr jede Figur da reinsetzen, die allen Feinden Schaden zufügt. Terraxis fügt allen Feinden Schaden zuverwandelt noch blau in braun. Könnte vielleicht auch passen. Spinnerette fügt allen Feinden Schaden zu, allerdings nicht besonders viel. Richter der Toten fügt allen Feinden Schaden zu. Eine gute Alternative dafür. Ja, also da habt ihr ein paar Figuren drin. Sogar die mythischen könntet ihr nehmen. Thomalin fügt allen Feinden Schaden zu. Entzieht auch noch Mana. Mana und so weiter. Den besessenen König habe ich jetzt hier noch reingepackt, um noch mehr Mana nachzusammeln. So, aber wie gesagt, das ist nur am Anfang. Und später das Team, mit dem ihr dann spielen solltet, das will ich jetzt zeigen. Weil ich tausche den Van Barak einfach aus. Sir Mordain, das ist sie. Ja, füge einem Feind 74 Schaden zu, wenn er ein Turm ist, 3-, 4- oder 5-fachen Schaden. Und ich würde das dann so aufbauen. Und an letzter Stelle wahrscheinlich auch nochmal die eiserne Jungfrau reinpacken. Die eiserne Jungfrau hat natürlich noch den Vorteil, dass sie Mana sammelt. Das ist nämlich... Ach, die habe ich nur einmal. Dann müsste ich sie jetzt nochmal nachkaufen. Okay. Oder zweimal Mordain. Das heißt, basierend auf dem Aufstieg 3-, 4- oder 5-fachen Schaden, wisst ihr. Also ist die auf mythisch, dann 5-fachen Schaden, solltet ihr machen. Und dann erschaffe 8 rote Edelsteine. Wenn ihr sie aufwertet mit Orbs, das ist so ein kleiner Trick, dann braucht ihr vielleicht nur Stufe, sagen wir mal, 2 kaufen. Oder 3 kaufen. Dann die Orbs ausgeben, um sie aufzuwerten. Und dann nochmal Stufe 4 nachkaufen. Dann habt ihr mehrere Versionen von der eiserne Jungfrau. Sonst bleibt es erstmal nur bei einer Version. Aber das ist auch völlig okay. Wenn ihr, wie gesagt, den Sir Mordain hier noch mit reinsetzt an 5. Position, dann geht das Team ruckzuck. Also, man könnte das zum Beispiel so machen. Dann wäre der Mordain... Er würde auch genauso 3-, 4- oder 5-fachen Schädelschaden machen gegen Türme und auch den Magieschaden. Und sollte der durch irgendwas weggehen, könnt ihr mit der Waffe Herz des Feuergottes nachbeschwören. Und da könnt ihr jede Waffe einsetzen, wie wir es eben schon gemacht haben. Jede Waffe, wenn ihr einfach eingibt, füge... Nee, lass rote Edelsteine explodieren. Und hier auf Edelsteine explodieren gehen. Und alle diese Waffen, die ihr habt, die würden jetzt hier in Frage kommen. Bei mir passt Herz des Feuergottes oder die neue Torwächterwaffe sehr gut hier rein. Weil das Mana natürlich nicht geblockt wird. Und das macht natürlich Sinn. Ich würde hier mit ständigen roten Sturm haben, weil rot eben die Farben ist, die die 3 brauchen. Und das ist das Team, mit dem ihr hier locker durchjagen werdet. Wenn ihr sagt, ich will da, dass das Team noch schneller ist, noch schneller funktioniert, dann würde ich empfehlen, wie ich es hatte, den besessenen König vielleicht sogar noch dazu reinnehmen. Immer wenn ihr einen 4er habt, und das werdet ihr bestimmt häufiger haben, schon durch die eiserne Jungfrau und so. Und auch vielleicht durch die Waffe. Dann sammelt ihr noch mehr Mana nach. Also das wäre eine Möglichkeit, das so zu spielen. Aber das ist nicht unbedingt nötig. Ich glaube, an der dritten Position seid ihr ein bisschen flexibel und könnt einsetzen. Ja, worauf ihr Lust habt, wenn ihr noch Schaden auf alle machen wollt, könnt ihr das reinnehmen und so. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Ich finde, schnell spielen, schnell Mana sammeln ist sinnvoll. Oder einfach alle 3 voll machen und die werden ja dann sofort. Einen Turm ausschalten. Also, das ist das Team. Jetzt habe ich ganz viel und ausführlich dafür erklärt. Mit dem könnt ihr da locker spielen. Sollte nicht allzu schwer sein. Banner natürlich noch einstellen. Da würde ich nehmen. Auf jeden Fall doppelt Rot. Und, ja, weiß ich nicht. Entweder die Waffe noch stärken oder vielleicht Blau dann noch reinnehmen. Also Rot und ich glaube, ich gehe mal auf die Waffe Rot und Gelb. Da kann ich Minus Grün machen. Das passt sehr gut, weil ich das nicht drin habe. Dann das Bastelbanner von mir aus. Gut. Also, das zum Thema Invasion. Man braucht keine mythischen Figuren. Alles entspannt. Gut. Die zweiten Teams, die ich euch vorstellen werde, das ist, wenn ihr bei verseuchte Länder in die Tiefengewölbe reingeht, dann ist das diesmal etwas schwieriger, weil die Einheiten, die ihr verwenden könnt, nicht so super passen. Ich habe erstmal ein Team für euch zusammen gebastelt, was auf diese ganzen Einheiten, die ihr jetzt im Turm-Event, im Invasions-Event kaufen könnt, verzichtet. Und eine sehr gute Figur hierfür ist Baphomet. Keine mythische Figur erstmal drin, sondern nur legendäre. Füge drei zufälligen Feinden, in meinem Fall 69 Schaden zu. Aber wenn der Feind brennt, doppelt ein Schaden. Also, drei zufälligen Feinden, jeweils so 138 Schaden. Das ist doch mal etwas, wo eine Aussage. Und jetzt muss ich diesen Baphomet immer wieder füllen und kann das mit folgender Waffe tun. Seelenverkäufer. Füge einem Feind Schaden zu. Verstärkt euch Verbündete aus verseuchten Ländern. Die kommen alle aus verseuchten Ländern, nur der Held nicht. Je nachdem, was ich für eine Klasse natürlich spiele, kommt der Held jetzt nicht aus verseuchten Ländern. Ich habe momentan eingestellt, dass ich in der Klasse Kugelweber spiele, wegen des lilanen Sturms. Da bin ich mir aber nicht so sicher, ob man nicht auch hier mit Sonnenspeer spielen sollte. Das muss ich ausprobieren oder müsst ihr ausprobieren. Ist Rot vielleicht besser wegen Baphomet oder ist Lila besser, damit die Höllenkatze schnell voll wird. Denn die Höllenkatze da drin, die verwandelt eine gewählte Mana Farbe in Rot. Und die habe ich ganz bewusst so reingenommen. Einfach weil wir eine Schwierigkeit hier haben bei dem Teambau. Wir haben nicht genügend Einheiten oder Waffen, die Mana erzeugen. Das heißt, wenn die Figuren alle erstmal voll geworden sind und dann spreche ich sie, dann haben sie erstmal keinen Mana und dann sammle ich Mana relativ schwierig nach. Und deswegen habe ich die Höllenkatze hier drin. Und weil die Rot erzeugt, macht das natürlich auch Sinn. Oder eine Farbe in Rot umwandelt, macht das natürlich auch Sinn, wenn ich einen Roten Sturm habe. Also sowohl Lila als auch Rot, denke ich, ist möglich. Und da wollen wir mal gucken. Die Waffe erzeugt ja Rot und Lila. Und zwar in dem Fall 18. Eine Mischung aus 18 Roten und Lilan. Da hat man eine gute Chance, dass auch ein Extra-Zug dabei rauskommt. Also irgendwo ein Vierer dann liegt oder ein Fünfer liegt. Ja, und Baffe wird das schon für euch richten. Das ist die eine Möglichkeit. Sollte gut funktionieren, denke ich. Und ihr werdet bestimmt schnell wieder voll mit Mana, wenn ihr die Höllenkatze einsetzt. Und das macht ihr natürlich nur dann, auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr damit einen Vierer bekommt. Oder ganz viele rote Dreier wenigstens. Denn man will ja eigentlich immer am Zug bleiben. Das ist auch eine gute Übung für Gildenkrieg oder so. Den Zug nicht abgeben, ist der Sieg eigentlich. Und so ist das hier auch. Wenn ihr also habt Grün-Rot, Grün-Rot. Dann nehmt Grün als Farbe und wandelt das in Rot um. Habt ihr einen Vierer, kriegt ganz viel Rot und seid wieder dran. Also das ist, wie man mit der Höllenkerze dann spielen sollte. Gut, ein weiteres Team noch, was ich euch dazu zeigen möchte. Und hier noch ein zweites Team, was ihr da spielen könnt. An Position 1 sitzt Van Barak. Den habe ich an Position 1 gepackt, weil ich auf den eventuell verzichten könnte, nachdem der seinen Zauber mal gesprochen hat. Fügt allen Feinden 73 Schaden zu. Und es besteht eine 75% Chance, dass alle Feinde erkranken. Und sollten die erkrankt sein und man kriegt Schädelschaden, dann fügt er doppelten Schädelschaden zu. Er hat selbst nicht viel Schutz. Er kriegt immerhin noch zusätzliches Lilanes Mana. Das heißt, es kann gut sein, dass er, wenn ihr da ein paar Mal Schädelschaden einsteckt, dass der weg geht. Ist aber nicht schlimm. Dafür habe ich den Torwächter jetzt drin. Das ist nämlich die neue Waffe aus dem Invasions-Event. Was ich jetzt hier einsetze, lasst Rot explodieren, beschwört einen Dämon nach, sodass dann, wenn Van Barak weg ist, dieser Platz wieder gleich geschlossen wird durch den Torwächter. Außerdem sammelt Torwächter vor allen Dingen natürlich Mana nach, lässt Rot explodieren. Und das ist hier wichtig. Ich habe einen weiteren Mana-Nachsammler, also darauf verzichtet, mit ihm zu spielen, weil der teuflische König jetzt im Spiel ist. Und der kann nämlich auch Mana nachsammeln. Der kann Braun in Rot umwandeln. Außerdem noch Grün zu schädeln. Und das macht ihr bitte auch nur, wie ich es eben erklärt habe, wenn da ein extra Zug passiert. Auch ein gutes Training für Gildenkrieg oder für PvP, wenn man da so spielen will mit Umwandlern. Also Grün in Schädel muss liegen oder Braun in Rot, sonst macht ihr das nicht. Außerdem fügt er noch allen Feinden Streuschaden zu. Ist nur noch eine Figur da, dann voller Schaden auf diese eine Figur. Und der kann natürlich wiederbelebt werden, das ist auch sinnvoll. Und am Schluss dann noch Baphomet, die Figur, die einfach am meisten Schaden macht. Auch hier könnte man Baphomet einfach statt Van Barak reinsetzen, mehrfach mit dem spielen. Ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich somit die beste Figur ist, die ihr gerade hier spielen könnt. Und ja, das sollte auch super gut funktionieren. Auch hier bin ich mir nicht 100% sicher mit Kugelweber. Aber ich glaube, hier macht es noch mehr Sinn, mit Kugelweber zu spielen, statt mit Sonnenspeer. Die erste gegnerische Figur ist immer gefesselt und man hat einen lila Sturm am Anfang. Das macht schon Sinn, damit die schneller voll wären. Ja, aber ich habe als Banner eingestellt, ist vielleicht überraschend, gelb und braun, weil die Waffe einfach voll werden muss. Das ist der Mana-Sammler für mich. Also die muss voll werden und auch immer wieder voll sein. Deswegen doppelt gelb und braun. Ja, vielleicht kann ich noch sagen, dass ihr flexibel seid mit Van Barak oder auch hier mit dem teuflischen König vielleicht. Also das heißt, wenn ihr ein relativ schwaches Team habt und noch nicht viele Werte habt und seid nicht so begeistert und so und braucht viel Glück, dann wäre vielleicht der Erzherzog noch so eine Figur. Der wird nämlich eventuell gleich der Magie, je nachdem, was ihr für eine Magie habt und sei es, ihr habt nur 35 Magie oder so, dann habt ihr trotzdem eine Chance, dass ein Gegner komplett weg ist, nämlich ihn zu zerstören. Also von daher wäre das vielleicht so eine Glücksalternative, wenn ihr das Gefühl habt, die Gegner wären übermächtig, dass ihr damit vielleicht auch einfach einen Kampf gewinnt. Dann würde ich aber empfehlen, wenn ihr ganz auf Erzherzog geht, nicht nur den Torwächter als Mana-Sammler reinzunehmen, sondern noch eine weitere Figur, die Mana sammelt. Und das kann natürlich sein, dass das, wie ich es vorhin schon hatte, die Höllenkatze ist, die ja eine Farbe in Rot umwandelt. Oder die Figur, die jetzt im Turm neu ist, die eiserne Jungfrau, die erschafft ja auch 8 Rote. Also auch die wäre eine Möglichkeit, dass man die vielleicht hier noch reinsetzt, statt Van Barak, den Erzherzog und so. Okay, also das wäre noch so eine Alternative, da würde ich dann aber dann mit Sonnenspeer spielen, wenn ihr sehr viel Glücksfaktor drin haben wollt. Aber ich glaube, braucht ihr vielleicht auch gar nicht. Das hier ist etwas komplizierter, weil man immer bei Farbumwandlern gucken muss, wie es liegt. Und dafür kann es auch sehr stark sein und der richtig viel Schädelscharn machen. Von daher, ja, keine Ahnung, was besser läuft, muss man mal ausprobieren. Vor allen Dingen in den höheren Kämpfen wird das natürlich interessant. Das ist nicht immer 100% absehbar. Also beide Teams sollten gut funktionieren. Viel Spaß damit! Wir schauen uns jetzt die Einheiten an, die aus verseuchten Ländern kommen, ob man hier Event-Schlüssel ausgeben sollte. Es gibt Abinusia, die ist es nicht wert. Der Erzherzog vielleicht. Das ist so eine absolute Glücksfigur. Da braucht man hohe Magie und viel Glück letztendlich. Gutes Baphomet, wie ihr schon mitbekommen habt. Der kann in manchen Events einfach sehr, sehr guten Schaden machen. Das wäre eine Figur, die man gerne hat. Man hat sehr gerne den Teuflischen König. Wie ihr gerade gesehen habt, eine super Figur, die man zwar immer beobachten muss mit dem Farbumwandeln, die dann aber richtig reinhauen kann. Also den würde ich dringend empfehlen zu holen. Der ist da gut drin. Dann gibt es ein paar bemächtigte Figuren hier drin. Und zwar ist das vor allen Dingen Lamashtu. Lamashtu ist großartig. Lamashtu müsst ihr eigentlich haben. Wandelt gelb in lila um, fügt noch Schaden zu und ist bemächtigt. Fantastische Figur. Einer der besten Figuren im Spiel. Einfach da durch natürlich. Dann, das ist die neue Figur, die jetzt ins Spiel gekommen ist. Habe ich ja auch gesagt, dass man die holen sollte. Auch eine bemächtigte. Ich werde die mal ganz schnell einfach nach oben bringen, sodass die fertig aufgewertet ist. Auch in den Seelen in der Stufe und so weiter. Also mit Seelen dann in der Stufe. Genau. Dann ist hier Lucifria drin und die ist in der Arena super stark. Wenn ihr sie in der Arena findet, verbrenne alle Feinde. Das ist wahnsinnig stark. Ein Bosskiller, der in der Arena super gut zu verwenden ist. Vanverug macht Sinn, weil er Schaden auf alle macht. Also es gibt einige Figuren hier drin, die interessant sind. Aber es ist jetzt auch nicht, dass jede Figur irgendwie toll ist. Es gibt viele Figuren, die einfach, naja, die man diese ganzen Herolde des Chaos, Herold der Versuchung braucht man nicht unbedingt. Ach, Herold der Verdammnis habe ich noch vergessen. Noch eine weitere bemächtigte Figur, die Blau in Lila umwandelt. Okay. Also zwei inzwischen sogar jetzt drei bemächtigte Figuren. Die Farben umwandeln super. Dann der teuflische König noch da drin und der Baphomet, vielleicht noch der Erzherzog. Immerhin, das sind dann doch einige Figuren. Also vielleicht gebt ihr da ein paar Schlüssel aus. Das ist immer schwer zu sagen. Aber ein paar Figuren sind das auf jeden Fall wert. Gucken wir uns die Seelenschmiede an. Jetzt wird's spannend. Zuerst die Waffen. Der Feuerstab. Der Feuerstab fügt einem Feind Schaden zu. Doppelten Schaden, wenn ein Feuersturm herrscht. Braucht man nicht. Uninteressant. Todesspitze. Fügt allen Feinden ganz wenig Schaden zu. Verstärkt durch die feindlichen Türme. Könnte man jetzt eigentlich im Tome-Event spielen. Aber wenn man mal überlegt, selbst wenn man vier feindliche Türme hat, dann kommen 32 Schaden zu. Dann macht er 54 Schaden allen Feinden. Für eine Waffe. Nein. Uninteressant. Seelenverkäufer. Das ist die Mischwaffe aus verseuchten Ländern. Habe ich jetzt ein Team mal mitgezeigt. Situationsbedingt einsetzbar. Keine Waffe, die man unbedingt braucht. Die Seuche der Sense. Entfernt alle Roten. Das ist irgendwie ganz schlecht für... Prinzipiell für Spielen. Selbst wenn man damit gegen einen Gegner spielen will, der Rot verwendet und das wegnehmen will. Gut, man macht dann doppelten Schaden gegen Einheiten aus verseuchten Ländern. Also braucht man nicht. Oh, eine Verdammniswaffe. Allerdings, Stab der Verdammniswaffe ist nicht so toll. Er schafft vier Gelbe, obwohl man selbst ja eigentlich Rot braucht. Und gibt allen Roten Verbündeten Rüstung. Einfach nur Rüstung. Naja, braucht man nicht. Zauberstab der Sterne ist immer da drin. Süß und saures auch. Bolzen von Desdemona. Füge einem Feind Schaden zu, wenn Desdemona in meinem Team ist, was sie selten ist. Deswegen brauche ich die schon mal nicht. Und dann haben wir hier noch den Torwächter. Aber den kann man ja kaufen gerade. Ganz normal im Invasions-Event. Also hier bitte nicht aus der Seelenschmiede kaufen. Aus der Seele ist auch gut. Aus der Seele kaufen. Dann zu den mythischen Figuren. Wolf Garok sieht cool aus. Kann aber nicht viel. Weil es war ein Vagar. Und die Vagare sind in der Regel auch gar nicht so gut eigentlich sogar. Auch das ist nicht gerade toll. Und dann fügt er einem Feind 42 Schaden zu. Und wenn der Feind stirbt, dann verschlingt er einen zufälligen Feind. So er dann nicht immun gegen Verschlingen ist. Aber dazu muss erstmal der Feind sterben. Und selbst wenn man mit vier Vagaren spielen würde, dann hätte man 16 mehr, dann macht man 58 Schaden. Welcher Feind soll denn mit 58 Schaden sterben? Also da muss man ja vorher schon, je nachdem, wenn man mal Erkunden Level 12 spielt, dann muss man ja vorher schon fast 300 Schaden gemacht haben. Und dann, dass mit 58 Schaden dann einer stirbt, ja albern. Wolf Garok nicht kaufen ist nicht besonders wertvoll. Vash Degen auch nicht besonders wertvoll. Es gibt immer mal ein Team, wo das vielleicht ganz interessant ist. Weil der verursacht 60 echten Streuschaden, also wahren Schaden, verstärkt durch das Leben. Wenn man den in seinem Leben hochbekommt, dann kann das schon ganz interessant sein. Aber der verschlingt einen Verbündeten. Das kann man übrigens auf Figuren sprechen, die immun gegen ihm verschlingen sind, wie er selber. Und dann verschlingt er gar keinen, macht aber trotzdem den Schaden. Aber auch das reicht nicht aus, dass der Schaden so gut ist, dass man da ganz schnelle Teams bauen kann. Glaubt mir das, ich habe ein paar Mal versucht, mit Vash Degen schnelle Teams zu bauen. Hat nicht funktioniert. Also ist seine Berechtigung eigentlich auch nicht Schaden machen oder ähnliches. Sondern seine Berechtigung ist, verfluche einen zufälligen Feind beim Kombinieren von Braun. Das ist gut, wenn man in die Unterwelt reingeht und mit Hochkönig Eisenbauch spielt und Gegner verschlingen will. Die sind aber immun gegen Verschlingen. Dann verfluchen bedeutet nämlich, dass Immunitäten aufgehoben werden. Dann macht er sinnvoll im Team wegen der passiven dritten Eigenschaft. Nun ja, ob man den dafür kaufen muss, müsst ihr selbst entscheiden. Dann haben wir Skoprio drin. Skoprio, vergesst es, ist eine schwache Version von Skorpius. Fügt einem Feind Waren Schaden zu, vergifte ihn, füge dreimal Blut zu. Wenn er bereits vergiftet ist, besteht eine 50% Chance, ihn zu töten. Skorpius tötet zwei vergiftete Einheiten sofort. Also warum sollte man den dann kaufen? Und Aquaria, das ist auch lustig, ist wiederum die schlechte Version von Aquarius, ne Aquaticus, so von Aquaticus. Füge drei zufälligen Feinden Schaden zu, Spritschaden verstärkt durch Untergetauchte. Aquaticus wiederum fügt Spritschaden zu und lässt dann noch die Hälfte der Blauen explodieren. Also Gott ist das schlecht. Aquario und Skoprio, die beiden Figuren, die einfach ins Spiel gekommen sind, als Abklatsch von viel besseren Figuren. Was immer das soll, versteht kein Mensch. Verschaden ist nicht gut, Wolfgar Rock ist nicht gut. Gott des Willen um. In der Seelenschmiede habt ihr eine gute Nachricht, nämlich ihr könnt eure Diamanten sparen. Juhu, ihr müsst hier nichts ausgeben, sondern einfach sparen. Zu den einzelnen Events noch. Dienstag Unterwelt Event ist der grausame Nistplatz. Das Höllenhündchen, was schon länger im Spiel ist, kommt am Mittwoch und am Donnerstag. Die Klasse ist Diabolist, da gehe ich nicht näher drauf ein, weil die einfach nicht besonders gut ist. Das kann man sich sparen. Am Freitag ist Kopfgeld-Event. Kopfgeld-Event sieht man hier in drei Tagen. Kommt wieder ein neuer Hauptmann ins Spiel, ein Kopfgeld-Hauptmann, den ihr im Team haben müsst, um die volle Belohnung zu kriegen. Und das solltet ihr auch versuchen, weil die sehr gut ist für Einzelspieler. Kopfgeld-Event ist das beste Einzelspieler-Event, eigentlich, was man haben kann. Das wäre am Wochenende, Freitag bis Samstag. Ja, und noch einmal der letzte Hinweis, den ich da gebe, weil ich weiß, dass manche vorspulen, diese eiserne Jungfrau im Invasions-Event bitte ins Team packen, weil sie doppelte Punkte gibt. Das ist absolut nötig für euch in der Gilde, um viele Punkte zu kriegen. Ja, ansonsten bin ich durch. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, also Daumen hoch für den lieben Fando. Das wäre schön, würde ich mich freuen. Ansonsten wisst ihr schon, abonniert doch gern meinen Kanal und empfiehlt mich weiter, auch gerne in eurer Gilde und so. Je mehr Leute meine Videos schauen und abonniert sind und so, desto besser natürlich für mich und desto länger werde ich diese Videos auch machen. und von daher freue ich mich da über jegliche Unterstützung. Wir sehen uns am Sonntag um 5, wenn es wieder heißt, Stream. Thema ist noch nicht ganz klar, könnt ihr mir natürlich auch gerne vorschlagen, immer wieder. Wenn ihr Themen habt, die ihr sagt, das würde ich gerne mal sehen, dann nur her damit. Ansonsten habt eine schöne Woche. Bis bald, euer Fando sagt Ciao, ciao. Ciao.